Hallo, ich bin Marco Motzko von der Firma Diebold-Nixdorf am Standort Paderborn. Wir befinden uns in unserer Smart-Module-Factory, in der wir neue Konzepte erarbeiten und testen, um sie dann später auf die Fabrik weiter auszuräumen. Dafür haben wir uns mit der Firma Stodo M zusammengesetzt und auf Basis der aus dem Retail-Bereich bekannten Smart ESL-Produkte bzw. E-Ink-Displays ein Konzept für ein elektronisches Kanban-System erarbeitet, was Wireless am Materialstellplatz angebracht werden kann und es dem Mitarbeiter ermöglicht, die Kanban-Informationsdaten direkt zu sehen und auch Material nachzubestellen per Knopfdruck. Dazu muss der Mitarbeiter lediglich den Knopf betätigen. Er kriegt direkt durch eine grüne LED die Indikation, dass die Bestellung beim Server angekommen ist und im Hintergrund verarbeitet SAP diese Bestellung und visualisiert sie dem Mitarbeiter in Form einer roten Box mit Uhrzeit, wann er die Bestellung betätigt hat. Das Lager auf der anderen Seite bestätigt diese Materialbuchung und bei Auslagerung bzw. Einlagerung ins Materialregal wird die dargestellte Kanban-Box wieder auf schwarz geschaltet mit der Uhrzeit, wann diese Buchung vollzogen wurde. Die gerade getätigten Bestellungen werden für die Mitarbeiter im Lagerbereich auf einem Bildschirm visualisiert. Hier sehen Sie die Gesamtanzahl an Bestellungen, aber auch ob Bestellungen priorisiert sind oder verzögert. Diese würden in diesem Fall jetzt orange bzw. rot dargestellt, um sie hervorzuheben. Gleichzeitig bekommt der Mitarbeiter die Bestellung auch ans Handgelenk, damit wir uns zum einen das Papier für die Funktionierung sparen, auf der anderen Seite aber auf Wege einsparen können. Diese Bestellungen werden dann über einen guten Zug an den Linien bereitgestellt, der in wiederkehrenden Zyklen die Linien versorgt. Der Vorteil natürlich, dass wir Material am Arbeitsplatz nachbestellen können, ist natürlich gegeben. Hinzu kommt noch, dass wir Glättungen in den Materialbestellverläufen Richtung Lager gesehen haben. Dadurch können wir unsere Arbeitsplätze kontinuierlicher und besser versorgen. Bis zum nächsten Mal.